Deutsche Wrestling-Fans Ich weiß nicht, dass ich vor uns nach Nese noch hier hätte den Auftrag gekriegt zum Aufbau. Hätte ich bestimmt ein geiles Team-AQ-Shirt gekriegt. Guck mal, das sind wahrscheinlich die Eltern von Murat Bosporus. Wahrscheinlich von dem anderen. Aber nicht von Murat. Diese blauen Stühle sind glaube ich alle der gleiche Preis. Da hinten zu sitzen ist natürlich geil. Ja. Aber auch da ganz hinten zu sitzen ist auch richtig geil. Weil es gut ist, dass wir von da bis hier wirklich ein riesen Höhenflaschen gemacht haben. Wenn wir uns hinstellen, sehen wir alles. Ja, mal gucken wie voll das hier noch wird.